Also grundsätzlich gilt, Jonas Karls läuft nicht über den Platz, der fliegt über den Rasen. Jonas Karls, der heute aber mal sowas von auf sich aufmerksam gemacht hat. Also den Namen, den kann man sich mal aufschreiben und merken. 22 Jahre alt, linker Fuß. Das ist einer, der in dieser Liga auf der Position komplett heraussticht. Snack-like, don't let you in the run. Trouble dansin', I don't know. but you are, you are, you are, you are, summer! Sondas over my heart. We're both dancin' over the dark side. I don't, I don't, I don't know. but you are, you are, you are, you are, you are. You got letters sprinkled all over your body. If I drown up the dots, it makes me feel naughty. I feel like I shouldn't touch. You got no touching sign. Das ist ein riesen Pass auf Puri und eine riesen Defensivaktion von Jonas Kahn. Jonas Kahn und das ist die Geltekage für Marcel Korsley. Sie sind sehr dynamisch. Jonas Kahn, der Mann, der Spidi González auf Kreia. Jonas Kahn, wieder mit so einer starken Aktion und Bulliaco. Und dann wieder dieser schnelle Jonas Kahn. Die kriegt sie nicht in den Griff, Kahls, Handle, Zidane, da ist er! Ausgang des Erfolgs, Jonas Kahn, Antritt. Jonas Kahn, gegen zwei, macht er klasse, Handle. Und wieder Kahn, ab durch die Mitte. Jonas Kahn, die Bayern können den nicht aufhalten. Nichts te ecken. Das ist ein riesen Pass auf einem Tein untuk haben. Und da kommt der Speedy González von Viktoria Köln. Jonas Karls ist unterwegs und findet auch noch mal wunderlos. Das 1 zu 0 für die Viktoria. Und mein lieber Schwan hat der Jonas Karls PS. Mit dem Ballverlust Karls flaggt ihn richtig gut nach Ende. Tor für Köln! Da kann man nur hoffen, dass der Coach des FC Schalke 04, David Wagner, da zugeguckt hat. Also da ist schon ein Juwel auf dem Rasen. Und jetzt geht mal die Post ab. Extrem schneller Antritt und 1 zu 0! John Karls, der Außenverteidiger! Was hat der denn für ein Turbo in den Beinen? Wahnsinnsantritt! Jetzt wieder die Kölner! Da ist Karls, der ist durch, der ist durch! Das gibt's noch nicht! Jetzt steht 2 zu 0 für die Viktoria! Ja! 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 Ich noise! Ja! ARS